Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Oberkassel. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 22 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 425 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.